Und damit ein herzliches Willkommen zu der weiteren Folge Lappi mit unserem Ohr am Start. Ja hallöchen. Oh man ey. Oh hier geht noch was gut an Milch rein. Echt? Es ging. Ja es läuft noch. Läuft. Oh so wie es aussieht kriegen wir die 50 noch rein, oder? Nein. 47% sind drin. Wir haben die Kühe noch nicht produziert. Oh so gut. Ja immerhin. Immerhin. Mann, Mann, Mann. So. Wirst du den irgendwo hin, haben wir den mit Vorderkotoffeln, oder? Ja, bitte runter auf dem Feld. Okay. Da wo es auf dem Kartoffelfeld fällt. Also vor dem Kartoffelfeld. Jawohl, nur auf oder vor? Ja, du weißt schon was ich meine. Ne, deswegen frag ich ja. Ne. Ne. Daneben. Links, rechts, diagonal, gegenüber. Da wo viel Rasen ist. Da wo viel Rasen ist. Da wo viel Rasen ist. Daneben. Nein. Da nichtσω gaspende. Ne, ne, nein, nein. Na, nein neues Jahr. Nope, nein, 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 nein. ich muss jetzt den düngespritzer wieder hin gut fahr ich das ding erst mal runter wir sind gleich fertig mit allen verändern mit dem düngespritzer muss jetzt noch zwei felder machen ok wenn er das eine feld macht dürfte da ist noch was im hof ja wir haben doch letztens erst was was gehört da füllst du einen kleinen hof jetzt haben wir ein bisschen weniger stehe ich dass ich weiß dort wo platz ist war das jetzt links oder rechts mit dem dünger links gewesen sein ja da wo du immer belegt das alt ist doch ein endleitestelle der macht noch beladung starten das wort z geht der ist voll wunderbar schön das merkst du gerade am anfang ja schon bis gewicht dann ja aber der schafft das dicke so passieren die der deutsche ja ja das ist doch der einzige grüne noch das ist noch ein original also von anfang an erstaunlich dass der erst mal geschafft hat zu überleben bei uns der einzige lebende erst mal sagen der grüne deutsch da ist auch nicht schlecht ja also da zieht viel wegen mir kann man den ruhig behalten so lange wir aufgaben sind kann ja die düngemaschine immer ziehen schafft er mühelos und bis zu weit rechts gut berg auf hat wenn es so steil gott wird hat man schon ganz schön zu tun ja juli dank ist ja auch noch voll aber es geht ja schon so da steht hier da steht hier ok glaube ich bin jetzt durch mit dem waschen ein nein welcher ist noch getappt und trägt es ist alles auch welcher den bringen stückler ja äh die däten der ja der einiger ja da muss auch noch einmal hoch fahren und dann noch mal runter fahren dann ist auch fertig ich sehe mich auch wenn der gereinigt werden muss echt ja da fahr mal fahr mal zur waschen da also wo wir waschen ich sitze gerade im düngestreuer drin ich bin gerade hier in sie maschine also äh t9 das ist eigentlich ohne schlechtes teil ne wenn man es wo innen drin so also anschaut oh no vor allem wenn du längst ist das heftig ja durch die knickdeckung ne ist schon nicht schlecht so was musst du auch noch holen müssen wer hat der rote mit den ketten den willst du auch noch holen ne aber der kostet auch ziemlich der kostet ja 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 käme schon hin irgendwie wird es schon gehen ja das sind große Landschaften die kosten zwar ein bisschen aber bevor wir das machen brauchen wir erstmal was womit wir dann Rüben ernten können du ne Rüben erntemaschinen ja du kannst halt auch ein bisschen ich meine wir haben jetzt den coolen äh äh na Ding da komm jetzt hier auf den Namen äh unsere Neuanschaffung da äh ja äh ich komme auch nicht auf den Namen gut passt da haben wir uns auch schon mal ganz gut bedient so ist ein halber Euro das hat ich n so gab am Kremsland nur so fahr ich ziehen gleich mal hoch werd dann den auch noch gleich betanken kann ich auch mal Innensicht auch von in äh von der Innensicht zu düngen ist äh äh kacke ja das ja da musst du wirklich auf der Außenperspektive gehen m m du kannst düngen nur dabei ok ja es sieht schon nicht schlecht aus nur haben auch gleich alle Felder vor m m m m jetzt doch links das sieht sowas von dreckig aus heftig ne wenn du mal überlegt wie viel Felder da jetzt eigentlich schon miteinander jedes Mal macht und im tank sozusagen also für die saaten ist gerade mal 43 prozent noch da also kennt er noch aus das an das eine stück kann sein dass es noch gezielt ist oder was die ihn ich bin ja nur mit dem körper drüber stimme einfach noch mal drüber ja sehr sehr man sieht zwar die linie nicht also kann es auch noch so prima da haben ja sagen wir fisch die damalige trennen bis zu kommen du erkennst hier keinen unterschied obwohl ja auch schon was gewachsen wort ja ich denke mal das ist noch richtig heiß gedüngt tschung und wieviel jeder passen hier rein was an tank ne menge ich hab gleich 500 liter drin also getankt getankt da fährt ja auch schon eine weile ohne dass wir neu aufgedankt hatten mhm weiß ich jetzt auch nicht und da kommt echt lange mit der tankfüllung hin das zeigt aber auch dass er sich nicht wirklich anstrengen muss ja das stimmt wahnsinn tausend vier und dort und drei geht aber jetzt noch die bunder für macht die oder tank war kräftig kräftig ich bin gleich fertig mit durchstimmen ok ich bin fertig ich bin fertig und mit der Waschenlage das schön und dann muss er bald wieder danken dort noch 109 Schlüter drinnen ja dann kannst du danken okay 188 er hat kurz billig und gefressen bergauf und sie macht das schaffte sowohl jemanden bereich der die Blutte so sauber ist es fahr ich den Wetter runter ja worunter äh äh 29 feld 29 worten das gewesen ja ich wollte dir jetzt danken dann bringe ich ihn dir zur Waschenlage ja kannst du selber auch mal waschen ich habe jetzt ganz sofort zu ihr fasziniert siehst du bist du unter Übung da darf das jetzt kratzfatz gehen bei dir ja schon mal wird das konnten im Hintergrund das das der den hat man auch noch was kennen aber nee der ist auch fertig glaube ich jetzt ja mit waschen und so es wird ich schicke gerade jetzt bin ich durch ja gut außer dass du bist ja keinen eintritt dann bringe ich jetzt zu waschen morgen ja und den müssen wir dann noch sauber machen dann sind wir fertig zu sagen ne ich gehe eigentlich um die Zeit hochschrauben nein auch wenn der fertig ist ja muss ja alles seine richtigkeit haben dann dann müssen wir erst mal folgen da kannst du vorspulen und in der nächsten folge geht dann die andere los geht es weiter weiter mit mit es kann auch vielleicht noch bis dauerne ich sitze im Krone du kannst jetzt sauber machen und ich bin schon arbeitsbereit im Krone Prozent Prozent und ist auch folgen und wir sind also Leute Prozent wenn es euch ein feiner dann machte ein like oder schreibt etwas in kommentare oder abonniert uns wenn wenn man sich schon macht hat würde uns freuen das war es dann für heute ist denn dann tschau tschüss